Die Berufung in das NBA All-Defensiv-Team ist eine seit der NBA-Saison 1968 69. vergebene Auszeichnung in der US-Profi-Liga NBA-Wahlvorgang. Am Ende jeder regulären Saison wählen die 30 Cheftrainer der NBA-Teams die besten Verteidiger der Liga. Dies sind in der Regel 10 Spieler, die auf ein First- und ein Second-Team aufgeteilt werden. Dabei dürfen die Trainer keine Spieler ihres eigenen Teams auswählen. Ein Spieler bekommt zwei Punkte pro Wahl in das First-Team und einen Punkt pro Wahl in das Second-Team. Die fünf Spieler mit den meisten Punkten bilden das First-Team, während die restlichen Spieler das Second-Team bilden. Bei einem Unentschieden kann es passieren, dass das First-Team aus sechs Spielern besteht. In das Second-Team wird dann ein weiterer Spieler berufen. So kam es beispielsweise in der Saison 2005-06 dazu, dass das NBA-All-Defensive-Team aus elf Spielern bestand. Da Kobe Bryant und Jason Kaidi D gleich viele Punkte bekamen. Die Positionen machen keinen Unterschied, sodass das Second-Team in der Saison 2005-06 zum Beispiel aus drei Forwards, einem Center und einem Guard bestand. Erfolgreichste Verteidiger Tim Duncan ist mit 15 Berufungen in eines der beiden NBA-All-Defensive-Teams der erfolgreichste Verteidiger der Liga-Geschichte. Er wurde durchgängig in jedem Jahr von 1998 bis 2010 berufen, was ebenfalls eine Bestmarke darstellt. Es folgen Kobe Bryant und Kevin Garnett mit zwölf, Kerem Abdul-Jabbar mit elf sowie Scottie Pippen mit zehn Berufungen. Bryant Garnett, Michael Jordan und Gary Payton teilen sich den Rekord für die meisten Berufungen ins NBA-All-Defensive-First-Team mit je neun Wahlen. Pippen, Bobby Jones und Duncan wurden achtmal in das First-Team berufen. Andere gute Verteidiger wie Dennis Rotman und Walt-Fratzierschaften dies siebenmal. Siehe auch. NBA-Defensive Player of the Year Award. Liste der NBA-All-Defensive-Teams.